läuft ja hallo grüß ich da bin ich wieder lockdown nummer zwei letztes mal wolfgang ambrus skifahren geschissene pandemie corona alles mit gesungen mit meiner freundin schicke micky club und jetzt haben wir wieder was gedacht aber erstens einmal an riesen riesen kompliment und dann dankeschön an alle in ganz österreich die uns unterstützt in dieser schwierigen phase das sind die einkaufshäuser wo die kassierinnen sitzen und natürlich die rettung die spitäle die ärzte alles pflegepersonal ich kann es nicht genügend sagen und natürlich blaulicht die polizei und letztes mal waren die skifahrer an der reihe und jetzt ist es die polizei deswegen haben die schicke micky freunde von mir und die sich was ausgedacht das schaut folgendermaßen aus die polizei die polizei ist die da verbiest da lockt auch nummer zwei im land und wir sind mit mir drin das hat es leist die polizei von polizei de huid so seien sie gut und haben wir zusammen es ist ja nicht so gut da haben wir zwei jahre schon draußen war gezogen bis es verkühlt darum machen wir noch lange wieder aufschauen wir sind wie das tisch da die ne dumme an corona schaust geht rum wir fernwett und pflege und polizei es hat joktor kalt keine leid ist schaap draa die ne dumme an corona schaust geht rum wir fernwett und pflege und polizei es hat joktor kalt keine leid dankeschön an die polizei an alle die von österreich da sind wir kommen nächste woche mit teil 3 dieser und jetzt für alle österreich gesund bleiben schickimicki und frankie schenkels gesund bleib mal da